Christina Stürmer live hier auf der Wiener Donauinsel. Sie sehen eine ORF Music Night Spezial. Bei sehr sehr milden Temperaturen muss man sagen. Wir haben hier gefühlte 20 Grad circa. Es ist trocken schon den ganzen Nachmittag, auch jetzt am Abend bei allen Konzerten auf der kompletten Donauinsel ist es trocken geblieben. Und wenn wir hier mal rausschauen, es ist schwer zu sagen, aber der Platz ist relativ gut gefüllt. Christina Stürmer ist soeben abgegangen. Wir warten aber noch auf große Zugaben, die da noch kommen sollten, um bei dir zu sein, zum Beispiel ohne dich oder Engel fliegen einsam. Hier an diesem zweiten Tag vom Wiener Donauinselfest 2009. Gestern waren es schon an die 300.000, die hierher auf die Wiener Donauinsel gekommen sind. Bisschen weniger aufgrund des Regens wie normalerweise, aber heute gefühlsmäßig am zweiten Tag, da ist die Insel wieder richtig die Insel. Christina Stürmer und Band, hier sind die Zugaben. Ich höre schon, was du sagst, aber ich kann es nicht verstehen. Vielleicht war es mein Fehler, doch du kannst nicht einfach gehen. Alles Glück, das wir hatten, ein Schrauen und Versprachen, war das nur ausgedacht. Lass mich nicht zerstrehen, denn alles, was ich kann, was mir möglich war, hab ich immer nur gemacht, um bei dir zu sein, um bei dir zu sein. An jedem neuen Tag geh ich auf, was ich hab, um bei dir zu sein. Lass dich nicht so gehen, denn alles, was du kannst, was dir möglich ist. Wirklich wahr, hast du immer nur gemacht, um bei mir zu sein, um bei dir zu sein. An jedem neuen Tag geh ich auf, was ich hab, um bei dir zu sein. Du einonce, was ich hab, um bei dir zu sein. Um bei dir zu sein Um bei dir zu sein An jedem neun Tag geb ich auf, was ich hab Um bei dir zu sein Um bei dir zu sein Um bei dir zu sein An jedem neun Tag geb ich auf, was ich hab An jedem neun Tag geb ich auf, was ich hab